Für den Wohlfühlfaktor am heimischen PC gibt es doch nichts Schöneres als eine wunderschön designte Desktop-Oberfläche. Doch nicht jede Desktop-Oberfläche lässt sich auch so wunderschön designen wie KDE-Lasma. Doch es gibt nur wenige Desktop-Oberflächen, die sich wirklich wunderbar designen und themen lassen, wie man so schön sagt. Gnome zum Beispiel tut sich da sehr, sehr schwerfällig in Sachen Flexibilität beim Design, genauso wie zum Beispiel auch Windows selber, Windows 10 oder Windows 11. Anders sieht es da zum Beispiel aus bei KDE-Plasma. KDE-Plasma ist eine Benutzeroberfläche, die sich hervorragend designen lässt. Hier zum Beispiel sehen wir das Sweet Mars Design für KDE-Plasma und wie man dieses schöne Design einrichtet, das zeige ich dir in diesem Video. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute widmen wir uns mal KDE-Neon. KDE-Neon ist ein Betriebssystem basierend auf Ubuntu LTS, zumindest laut Entwickler und wird zur Verfügung gestellt direkt vom Entwicklerteam der Desktop-Oberfläche KDE. Direkt auf neon.kde.org können wir uns hier das letzte Image-Release quasi herunterladen, also die Live-ISO. Und da gibt es hier tatsächlich noch einige Versionen, zum Beispiel die User-Edition, das ist die, die wir jetzt gleich installieren werden. Dann gibt es noch eine Testing-Edition, das heißt dort sind dann noch Funktionen und Updates schon drauf, die noch nicht veröffentlicht worden sind und die durchaus noch Bugs haben können. Das ist dann wirklich für die, die dann die neuesten Funktionen schon mal testen wollen. Dann gibt es auch eine Unstable-Edition und eine Developer-Edition, die ja enthält sogar Bibliotheken, die wirklich noch gar nicht veröffentlicht sind. Gut, des Weiteren kann man für Cloud-Computing-Shells das KDE-Neon herunterladen, also Get Plasma on your Shells. Shells ist so ein Cloud-Computer-System. Dann gibt es noch Docker-Images und das Ganze als Snap-Paket. So, dann installieren wir das Ganze einfach mal. Hier gehe ich einfach auf Torrent-File und dann wird die Torrent-Datei heruntergeladen. Ich habe das Ganze jetzt schon heruntergeladen und auf mein System und habe hier auch schon mal eine virtuelle Maschine erstellt mit dem Namen KDE-Neon. Ich mache ein UEFI-System und ja, dann ganz wichtig, Videotreiber muss von QXL auf Wirt.io umgestellt werden, wenn du KVM benutzt, denn die QXL-Treiber vertragen sich mit Plasma nicht so gut, da wird es nachher Probleme bei der Auflösung geben und mit Wirt.io ist das Problem nicht. Gut, dann einmal Installation beginnen. Und da haben wir dann hier das Grub-Menü. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, KDE-Neon zu starten, zum Beispiel auch als OEM-Modus, also wenn ich das Ganze für jemanden vorinstallieren möchte. Ich gehe jetzt hier ganz einfach auf KDE-Neon. Und schon sind wir auf dem Desktop und dann hier einmal auf die Einstellungen. Das ist noch alles auf Englisch, das wird sich hoffentlich nachher gleich ändern. Jetzt suchen wir erstmal Display und Monitor und dann hier einmal die Full-HD-Auflösung. Sehr gut, das hat funktioniert. Einmal Keep. Und ja, das ist doch schon mal eine sehr, sehr schöne KDE-Plasma-Oberfläche. Die sieht sehr, ja, Standard aus. Und dann gehen wir hier oben auf Install System. Die Sprache ist Deutsch. Einmal weiter. Dann die Zeitzone ist hier, Berlin. Weiter. Dann hat er hier jetzt auch meine Tastatur richtig erkannt. Das ist die deutsche Standard-Tastatur. Und hier können wir dann das Ganze installieren. Das wird er nachher mit drei Partitionen machen. Eine EFI-Partition, eine 16 GB große EXT4-Partition und eine 8 GB große Swap-Partition. Das kann ich hier leider nicht abwählen. Also ich kann hier nicht abwählen, zum Beispiel die Swap-Partition wegwählen. Ich müsste dann das Ganze höchstens manuell partitionieren. Wir lassen einfach alles so, wie es jetzt ist. Dann einmal der Name, Benutzername und KDE-Neon. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ und dann auf Installieren. Jetzt hat er die Grafikauflösung wieder zurückgesetzt. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Wir warten kurz, bis die Installation durch ist. Und die Installation ist durch. Dann können wir einmal neu starten. So, dann können wir uns jetzt hier einmal anmelden. Und hier unten kann man dann noch auswählen, ob man dann X11 oder Wayland nutzen möchte. Ich bleibe jetzt hier bei X11, da KDE-Plasma in einer virtuellen Maschine mit X11 ein bisschen flüssiger und smoother läuft, wie man so schön sagt. So, dann wollen wir uns mal einloggen und dann schauen wir mal, was hier KDE-Neon so alles mitliefert. So, als erstes ändern wir mal wieder die Auflösung, machen das Ganze ein bisschen größer. Und jetzt sehe ich, hier ist auch schon alles auf Deutsch eingestellt. Das ist sehr gut. Einmal anwenden, beibehalten. Sehr gut. Und ja, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier so alles Schönes finden. Hier zum Beispiel dieses Symbol ist das Discover Center. Das ist ja quasi der App Store für KDE-Plasma. Machen wir mal größer. Halt, zeig mal hier. So, und hier über dieses Discover Center kann man dann zum Beispiel auch Aktualisierungen durchführen. Unter anderem, ja, Aktualisierung für das Betriebssystem selber, also sprich für das Ubuntu, was ja hier als Grundsystem drauf ist, als auch für die KDE-Plasma-Anwendungen. Gut, das machen wir jetzt aber noch nicht. So, hier daneben haben wir den Dolphin-Datei-Manager. Das ist der Standard-Datei-Manager für KDE-Plasma. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr, sehr übersichtlicher Datei-Manager. Und da daneben ist noch ein Browser zu finden. Und zwar Firefox ist standardgemäß installiert. Und ich bin mal gespannt, welche Version. Und das ist die Version 100 für Ubuntu. Sehr gut. Also die neuere Version, nicht die ESR-Version. So, wenn du, ich zum Beispiel bin hier kein Fan davon, dass hier oben diese Leiste so zu sehen ist. Das kann man hier einfach wegmachen auf, ich glaube, es war auf weitere Werkzeuge. Und dann Symbolleiste anpassen. Und dann kann man hier unten die Titelleiste einfach den Haken rausmachen. Und dann auf Fertig. Und jetzt ist die Titelleiste oben weg. Und die Buttons sind hier an der Seite. Hat man also noch mehr Platz, um im Internet zu surfen. Gut, nur so viel zur Kleinigkeit. Dann schauen wir mal, was hier so alles schon vorinstalliert ist. Unter Büroanwendung haben wir einen Dokumentbetrachter. Das ist der Standard KDE Plasma Ocular. Ist der Standard KDE Plasma Dokumentbetrachter oder PDF Viewer. Dann haben wir als Dienstprogramm ist einmal Arc. Das ist ein Standard Archivierungsprogramm. Emoji Auswahl, das ist ebenfalls von KDE Plasma selber. Hier kann man dann zum Beispiel sämtliche Emojis nachher auch nutzen, die man zum Beispiel beim Chatten und sowas benötigt. Emoji Auswahl ist bereits bei KDE Plasma direkt an eine Tastenkombination gebunden. Ähnlich wie bei Windows lässt sich dieser Emoji Picker mittels der Super- und Punkt-Taste öffnen. Also Super, das ist die Windows-Taste und dann ganz einfach der Punkt einmal gedrückt und schon öffnet sich dieses Emoji-Auswahlfenster. Und das ist einfach hervorragend, wenn man irgendwas am Schreiben, am Chatten ist und man dann einfach mal ein witziges Emoji oder ein Smiley Emoji einfach noch mit einfügen möchte. Einfach, ja, Super, Punkt. Und dann öffnet sich der Emoji Picker und dann kann man hier einfach auf ein Emoji draufklicken und dieser wird dann automatisch in die Zwischenablage kopiert und ich kann dann mittels STRG-V einfach diesen Emoji überall hin einfügen. So, es ist K-Write. Der Texteditor K-Write ist hier mit drin. Und K-Write ist wirklich ein, ja, ein sehr, sehr gutes Texteditor-Programm. Finde ich tatsächlich schon besser als G-Edit zum Beispiel. Es erinnert tatsächlich schon eher an Notepad++. Man hat hier einmal alles auch wunderschön mit Zeilennummerierung links aufgelistet. Dann gibt es hier mit Sicherheit auch die Hervorhebung. Genau, das sieht man dann hier. Also, wenn man Quelltext schreibt, wird dann eben das sogenannte Syntax-Highlighting durchgeführt. Wir können es ja einfach mal probieren. Wir öffnen mal. Einmal mal gucken, ob wir hier eine Bash-RC-Datei haben. Genau, dann nehmen wir diese. So, und hier sehen wir auch, diese Bash-RC, das ist jetzt gehighlighted. Bitte, ich mache mal ein kleines bisschen größer. So, das ist jetzt hier gehighlighted. Das, was also mit einer Raute-Taste versehen ist, das sind alles, ja, Kommentare. Und das ist dann eher grau hinterlegt. Und das, was quasi aktiv gelesen wird vom, ja, von der Bash-Shell nachher und ausgeführt wird, ist dann hier in schwarz. Und selbst das ist dann hier innen drin auch noch farbig hinterlegt. So wie hier. So, dass man hier die Befehle und so weiter alles nachher auch richtig ordentlich sehen und lesen kann. Und das ist zum Bearbeiten von Programmtexten zum Beispiel oder eben auch hier von Bash-Skripten wunderbar geeignet. Und sollte kWrite das Syntax-Highlighting nicht richtig erkennen, weil du zum Beispiel in einer ganz anderen Programmiersprache schreibst als die, die kWrite jetzt erkannt hat, dann kannst du hier einfach bei Hervorhebung entsprechend das Richtige auswählen. Hier ist Skripte, hier ist jetzt Bash schon hinterlegt. Ich könnte hier zum Beispiel auch ZSH einfach aktivieren. Ja, ist im Prinzip dasselbe. Aber nur für den Fall der Fälle, dass er das als Bash erkannt hat, obwohl es ZSH wäre, könnte ich das hier einfach ändern. Gut, dann einmal schließen. Spectacle ist ebenfalls vorinstalliert. Das ist das Standardprogramm zum Erstellen von Bildschirmaufnahmen. Also von Bildschirm-Rotos. Unter Grafik ist zusätzlich noch Gwenview hinterlegt. Gwenview ist bei KDE Plasma quasi der Bildbetrachter. Hier kann ich dann entsprechend Fotos und so weiter mir dann aussuchen und mir hier auch anzeigen lassen, beziehungsweise dann auch bearbeiten. Unter der Rubrik Internet ist KDE Connect mit von der Partie. Mit KDE Connect kann man dann sein Smartphone direkt mit dem Rechner quasi verbinden und kommunizieren. Und so gibt es auch die Möglichkeit, dass man über zum Beispiel KDE Connect SMS sogar SMS empfangen und versenden kann. Allerdings muss das Gerät entsprechend dafür kompatibel sein. Soweit ich weiß, sind iPhones damit nicht kompatibel. Aber ich glaube, bei Android-Geräten sollte das überhaupt kein Problem sein. Da funktioniert das dann ohne Probleme. VLC Media, VLC Media Player ist standardgemäß mit vorinstalliert. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn der VLC Media Player ist wirklich ein sehr, sehr guter, solider Medienabspieler. Sowohl für Audio als auch für Video. Und das war es im Prinzip auch schon. Allzu viel ist gar nicht mit dabei. Discover hatten wir eben schon und Dolphin auch als Dateimanager. Dann gibt es noch die KDE Partitionsverwaltung. Falls ich die Partitionen und die Festplatten nochmal bearbeiten oder nachbearbeiten möchte, zum Beispiel falls noch eine Festplatte eingebunden wird oder ein Laufwerk, dann kann ich das hier entsprechend partitionieren und formatieren. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die KDE Konsole. Konsole mit K. Und ebenso mit dabei bei jeder KDE Installation ist das KDE Wallet. Das ist quasi ein Passwortmanager. So, dann schauen wir uns mal unten noch die Leiste an. Hier gibt es auch noch einige Symbole zu entdecken. Zum Beispiel gibt es hier ganz recht die Arbeitsfläche anzeigen. Das ist quasi, wenn ich jetzt hier mehrere Sachen offen habe, die mir den Bildschirm auch verdecken und versperren, kann ich hier unten einfach draufklicken und dann wird das alles minimiert. Dann gibt es hier ganz klar die Uhr und noch weitere Symbole. Audio habe ich jetzt hier abgeschalten, ist hier gar nicht verfügbar, aber ansonsten kann ich hier die Lautstärke und so weiter regeln. Dann gibt es hier die Plasma-Integration für Browser. Das können wir uns gleich mal herunterladen. Das ist dann einmal Add to Firefox. Das gibt es dann für Firefox und auch für Chrome, wenn ich mich nicht irre, und für alle Chromium-basierten Browser. Und dann habe ich hier oben die Plasma-Integration. Wofür ist die Plasma-Integration für Browser überhaupt notwendig? Naja, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video oder zum Beispiel ein Medium quasi abspiele. Wir können jetzt hier einfach mal Radio machen. Wir brauchen jetzt auch keinen Ton. So, dann gibt es dann hier oben, hat er das dann erkannt, dass hier die Mediensteuerung, dass hier eine Mediensteuerung verfügbar ist. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter und lasse jetzt hier einfach mal ein bisschen die Musik laufen. Das wird hier natürlich nicht gehört. Und dann wird hier unten in der Leiste, unten in der Plasma-Leiste, wird das Ganze dann auch angezeigt. Inklusive das Vorschaubild hier mit dem Namen und so weiter. Und dann kann ich hier über auch Play, Stop und so weiter machen und kann dann entsprechend auch hin und her skippen und hin und her scrollen. Und das Ganze sogar, wenn der Browser halt minimiert ist und ich dann hier gerade irgendwas anderes mache. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Ganze zu nutzen oder wo für die Browser-Integration, die KDE-Browser-Integration eben da ist. Ein weiteres ist zum Beispiel bei Downloads, wenn ich also Dateien herunterlade, die ein bisschen größer sind, wie zum Beispiel ISOs, dann kann ich das Ganze auch im Browser minimieren. Und sobald zum Beispiel der Download dann fertig ist, werde ich hier über das Center hier unten benachrichtigt, dass der Download eben vorbei ist. Dafür ist die Integration gedacht. So, was haben wir sonst noch? Und ja, genau, hier gibt es dann die Benachrichtigung. So sieht das dann auch dann aus. Und hier hat er mir schon gesagt, dass Aktualisierungen verfügbar sind. Und da möchte ich auch gleich nochmal hingehen. So, und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, wie man hier aktualisieren kann. Zum einen direkt über Discover einfach öffnen und dann auf Aktualisieren bzw. alle Aktualisieren klicken. Alternativ gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze über die Konsole zu regeln. Und zwar ganz einfach mittels der Ubuntu-Befehle mit sudo apt update. Da sehen wir dann Ubuntu-Focal und dann sudo apt-upgrade. Und hier kommen wir zu einer wunderbaren Meldung. Denn KDE-Neon weist uns darauf hin, dass apt-upgrade gar nicht so zu empfehlen ist, wenn man KDE-Neon nutzt. Sondern auf KDE-Neon solltest du deine Upgrades oder deine Updates mit PK-Con-Update durchführen. Das werden wir mal machen. Sehr schön. Und dann fragt er mich, ob ich diese Sachen alle installieren möchte. Ich sage einfach Ja. Und dann fragt er mich nach dem Passwort. Also wie du gesehen hast, es wird nicht mit sudo ausgeführt, sondern wirklich als normaler Nutzer. Und wenn ein Passwort gefordert wird, dann fragt er mich schon nach dem Passwort. So und die Updates sind fertig. Wenn ich schauen möchte, ob KDE-Neon-Updates verfügbar sind, dann gebe ich einfach ein PK-Con-Refresh. Und dann schaut er, ob Aktualisierungen verfügbar sind. Und ja, wie gesagt, mit PK-Con-Update werden dann die Updates auch entsprechend durchgeführt. Jetzt haben wir alles bereits erledigt. Jetzt ist natürlich die Frage, hä, wieso braucht es denn einen eigenen Paketmanager für KDE-Neon? Warum lässt sich das Ganze nicht über den Up-Paketmanager realisieren? Das liegt daran, dass der Up-Paketmanager ausschließlich auf die Repositories bzw. auf die Quellen von Ubuntu drauf zugreift. Und KDE-Neon bietet ja für sein Betriebssystem sehr viel aktuellere Software an. Und diese aktuelle Software wird regelmäßig zur Verfügung gestellt. Neuste Updates zu den KDE-Produkten. Und da das Ganze ein bisschen mit der Update-Politik von Ubuntu kollidiert, hat sich KDE-Neon dazu entschlossen, einen eigenen kleinen Paketmanager quasi mit zu integrieren, damit es ohne Probleme möglich ist, die aktuellsten KDE-Neon oder überhaupt die aktuellsten KDE-Updates einzuspielen. Und das ist nämlich auch der große Unterschied zwischen KDE-Neon und Kubuntu zum Beispiel. Ja, weil das wird auch immer wieder gefragt. Ja, ist denn KDE-Neon nicht dasselbe wie Kubuntu? Ist das nicht einfach auch ein Kubuntu? Nein, ist es quasi nicht. Denn Kubuntu kommt direkt von Ubuntu mit einer entsprechend für Ubuntu vorbereiteten KDE-Plasma-Oberfläche und nutzt ganz normal die Update- und Aktualisierungsprozesse von Ubuntu, während KDE-Neon direkt vom KDE-Plasma-Team, vom Entwicklerteam entsprechend bearbeitet und die Updates entsprechend nachgereicht werden, sodass hier immer die aktuellsten KDE-Plasma-Updates drauf sind. Das ist der Unterschied und dafür nimmt man dann am besten PK-Con-Refresh und PK-Con-Update. Die Installation von Software, die läuft ganz normal wie bisher auch bei Ubuntu, zum Beispiel sudo apt install und dann zum Beispiel htop oder neo fetch. Und dann können wir mal schauen, wie es denn so bestellt ist mit dem System. Hier sehen wir sind 1,21 GB an RAM, gerade in Gebrauch. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt hier schon eine ganze Menge gemacht haben und er hat ja jetzt schon Aktualisierungen durchgeführt und ich habe schon Sachen geöffnet und geschlossen, den Firefox zum Beispiel schon geöffnet und geschlossen. Der müsste sogar noch auf sein und deswegen werde ich jetzt einfach mal das System kurz neu starten und dann direkt hardtop nochmal anschalten, um zu gucken, wie das System im Leerlauf läuft. Und schon sieht das Ganze ein kleines bisschen besser aus. Ich mache jetzt hier nochmal ein kleines bisschen größer. So, ja, passt. Und ja, hier sind wir dann schon bei 603 MB, also weit unter einem Gigabyte an RAM im Verbrauch. Hat jetzt noch nicht ganz alle Dienste gestartet, aber das wäre jetzt hier so der Leerlauf. Und das ist sehr, sehr normal für KDE Plasma. Auch wenn KDE Plasma jetzt nicht zu den schlankesten Desktop-Umgebungen zählt, ist es dann doch sehr gut auch auf älteren Geräten nutzbar, da es dann doch sehr ressourcenschonend ist. So, wir werden uns jetzt hier mal noch die Einstellungen zu Gemüte führen. So, die Einstellungen sind anders als zum Beispiel bei Gnome oder anderen Desktop-Umgebungen ziemlich üppig. Also man kann sich hier wirklich sehr, sehr leicht verlieren. Direkt, wenn man die Systemeinstellungen öffnet, kommt man quasi schon direkt zum Design. Und hier kann ich dann aussuchen, ob ich eher hell oder dunkel haben möchte. Wenn ich das anklicke, muss ich dann unten mal erst auf Anwenden klicken. Und ja, jetzt malen wir hier kurz aus. Und dann haben wir auch schon alles im Dunkeln. Und das ist natürlich sehr, sehr schön und sehr schonend, auch für die Augen. Ich lasse jetzt aber der Einfachheit halber wieder alles bei hell. So, bei Hintergrundbild ändern haben wir dann die Möglichkeit, ein paar Hintergründe auszuwählen. Und hierbei handelt es sich um die Standard-KDE Plasma-Bildschirmhintergründe, die allesamt wirklich sehr, sehr schön sind, muss ich sagen. Also auch die, ja, designten Hintergrundbilder werden wir jetzt einfach mal kurz angucken. Ja, das ist mit diesen Dreiecken und so weiter. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Ja, hier haben wir auch noch was für die etwas Jüngeren. Falls man für ein Kind zum Beispiel den Computer einrichtet, kann man hier zum Beispiel dieses nette Hintergrundbild hinmachen. Ich selber mag zum Beispiel das auch sehr gerne. Das ist, ja, nennt sich Milchstraße. Finde ich, ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Design. Aber wer dann lieber auch Fotos zum Beispiel mag von ein schönes Herbstbild bei den tollen Temperaturen draußen jetzt. Wir haben jetzt fast Sommer. Oder wie wäre es mit einer schönen, beruhigenden Waldszene. Das sind dann die Hintergrundbilder, die quasi mit KDE Plasma mitgeliefert werden. Allerdings, falls einem das zu wenig ist, gibt es hier den Punkt Neue Hintergrundbilder holen. Und dann öffnet sich ja sowas wie ein Browser, könnte man hier sagen. Ein Hintergrundbildbrowser. Und dann kann man sich hier durch noch viel, viel weitere Hintergrundbilder einfach mal durchscrollen und dann entsprechend das Hintergrundbild wählen, was einem gefällt. Dieses Piratenschift hat mich jetzt hier gerade schön angemacht. Das werde ich jetzt hier einfach mal installieren. Einfach oben rechts auf Installieren klicken. Und dann gucken wir mal, ob wir das haben. Jawohl, hier ist es. Einmal anwenden. Und schon haben wir ein hübsches Piratenschiff. Das gefällt mir sehr. Und so einfach ist es, Bilder herunterzuladen, Hintergrundbilder herunterzuladen und direkt auch als Hintergrundbild zu setzen. Dann gibt es hier noch weitere Einstellungen zu Erscheinungsbild. Hier habe ich dann die Möglichkeit, das Design nochmal ein kleines bisschen weiter anzupassen. Zum Beispiel gibt es die Breeze-Dämmerung. Das ist quasi so ein Halb-und-Halb-Design. Also halb dunkel, halb hell. Ich nehme mal an, das geht dann nach der Tageszeit. Hier wird dann anhand der Tageszeit geschaut. Ist es jetzt abends, ist es jetzt tags? Und dann entsprechend passt sich die Helligkeit und Dunkelheit entsprechend an. Auch bei den Designs ist es ähnlich. Einfach hier auf neue globale Designs holen. Dann öffnet sich wieder dieser Auswahlbrowser und dann kann ich mich hier einfach mal komplett durchscrollen durch sämtliche Designs, die bereits vorgefertigt sind. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt hier mal aus Beispielsgründen mal ein schönes Design hier finde. Ich werde mal ein extremes nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Sweet. Sweet ist ein ziemlich schönes Design. Nämlich Sweet Mass. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Design haben möchte mit den tollen Symbolen und so weiter und mit diesen tollen Farben. Dann einfach auf Installieren klicken. Passwort rein, weil es ja jetzt ins System installiert wird. Und dann ist das Ganze im Prinzip fertig und dann kann ich das Ganze einmal auf Anwenden. Und schon habe ich das neue Design aktiviert. Und dann werden wir mal weiterschauen. Denn so richtig aktiviert ist es ja noch nicht. Die Symbole sind schon da. Es ist auch schon eine leichte Transparenz zu vernehmen. Allerdings haut das Ganze mit der Farbe noch nicht so ganz hin. Und deswegen werden wir mal schauen. Einmal Anwenden. Dass wir das Ganze jetzt hier auch richtig in die richtige Farbe noch anwenden. Ja, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir hier Sweet Mass diese Farben aktiviert. So, was haben wir noch? Fenster Dekoration. Da gibt es Sweet Mass Transparenz. Die möchte ich. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Sehr gut. Jetzt haben wir hier unten die Leiste. Die ist ebenfalls schon etwas transparent. So Schriftarten und Symbole ist alles schon soweit vorgefertigt. Wir haben dann entsprechend die Candy-Icons. Startbildschirm. Da haben wir dann diesen hier. Das würde dann so aussehen. Sehr gut. Und der Systemstart kann, glaube ich, so bleiben. Da brauchen wir jetzt nichts. Ja, dann muss nur noch das Hintergrundbild entsprechend angepasst. Werden. Arbeitsfläche Hintergrund einrichten. Und da haben wir dann hier zum Beispiel Sweet Space. Der hat nämlich noch ein paar Hintergrundbilder einfach mitgeliefert. Und schon haben wir dieses wunderschöne Hintergrundbild und dieses wunderschöne Theme, das wunderschöne Thema. So einfach geht es, das Design entsprechend anzupassen nach seinen eigenen Bedürfnissen. Ja, und hier in dem Download-Bereich zum Erscheinungsbild gibt es wirklich für jeden, aber auch wirklich jeden Geschmack ein Design zum Ausprobieren, zum Herunterladen. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man das Ganze einfach wieder deinstallieren und einfach ein anderes, neues Design ausprobieren. Und das macht KDE Plasma auch so unglaublich beliebt in der Linux Community, da es einfach so flexibel ist und gerade was die Designs und das Aussehen betrifft. Und das ist ja bei GNOME leider nicht ganz so schön gemacht, denn GNOME lässt sich nur sehr eingeschränkt verändern im Optischen. Das muss aber nicht unbedingt was Schlechtes sein. Gut, dann hätten wir das Ganze hier zum Erscheinungsbild. Man kann hier dann noch Kurzbefehle entsprechend einstellen, die Autostart-Anwendungen und Hintergrunddienste. Es gibt zum Beispiel hier für den Anmeldebildschirm, gibt es hier ebenfalls ein Standard-Anmeldebildschirm. Das kann ich einmal anwenden. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt hier, haben wir das jetzt hier angemeldet? Ja, ich glaube jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will mich mal kurz ausloggen. Abmelden. Abmelden. Okay, und so sieht dann im Prinzip der neue Anmeldebildschirm aus. Und da muss ich sagen, auch wirklich toll, überhaupt nicht schlecht, wirklich gut. Ja, hier haben wir dann diese Animation. Und so sind wir wieder drin. Und jetzt hat sich hier unten nach einem Neustart, jetzt hat sich das alles auch nochmal ein bisschen angepasst. Die Leiste hier unten, da sind jetzt hier, ist das KDE Plasma Logo jetzt weg. Jetzt sieht das auch ein bisschen sauberer aus mit der Transparent und der Schrift, den Schriftarten. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Gut, ansonsten zum Thema Einstellungen gibt es dann noch die Benutzereinstellungen. Da kann ich dann hier das Passwort ändern oder einen neuen Benutzer hinzufügen. Es gibt Einstellungen zu den Zugangshilfen, Online-Zugänge. Es gibt Netzwerkeinstellungen, wo ich Proxys und so weiter einstellen kann. Auch die Firewall kann ich hier direkt einstellen und aktivieren und so weiter. Können wir einfach mal machen. Und dann kann ich hier Firewall-Regeln einrichten. Alles das zentral direkt hier in den Systemeinstellungen von KDE Plasma. Bluetooth und Drucker, wenn ich hier einen neuen Drucker hinzufügen möchte. KDE Connect lässt sich auch hierüber hervorragend verwalten. Und dann haben wir hier noch Informationen über das System. KDE Neon 5.24 haben wir hier. Hier wird dann auch angezeigt, welcher Kerne installiert ist. Das wäre dann der 5.13. Das ist also ein LTS-Kernel, ein Long-Term-Support-Kernel. Ja, ist er also wirklich unglaublich stabil. Und hier unten kann ich dann nochmal sagen, wann und wie und in welcher Form Softwareaktualisierungen abgerufen und durchgeführt werden sollen. Alles in allem ist KDE Neon ein absolut solides Betriebssystem mit 100%iger KDE Plasma-Integration. Ist ja ganz normal. Und wer wirklich die neuesten Tools, die neuesten Updates und die neuesten Funktionen für KDE Plasma und deren Anwendungen haben möchte, der sollte sich KDE Neon auf jeden Fall mal anschauen. Und dieses System lässt sich auch wunderbar als Daily Driver benutzen. Denn der Unterbau ist Ubuntu LTS. Hast du denn ein Lieblings KDE Plasma Theme oder KDE Plasma Design? Dann mach doch mal einen wunderschönen Screenshot davon und dann komme mit in den so ein Typ im Internet Matrix Space und zeig uns mal ruhig deine Lieblingsdesigns, dein Lieblingsdesign für KDE Plasma. Dann können wir da mal ein bisschen schauen, was wirklich richtig cool aussieht. Also, bis dahin. Ich wünsche noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Bis nächste Woche.